Ja, hallo ihr alle. Ich melde mich heute von einem ganz ungewöhnlichen Ort. Ich bin in Hannover in, ja, was ist das hier? Ein griechisches Restaurant mit Fremdenzimmern und warte darauf, dass ich mit einem Auto abgeholt werde. Das klingt total Promi-like, ne? Ich wollte immer schon mal sagen in dieser Formulierung, so abgeschwächt klingt das Ganze jetzt mal so. Also irgendwann in ungefähr einer Stunde holt Pia mich ab und fährt mich zum Bahnhof und da holen wir Jonas ab und dann fahren wir wieder zurück und Kai weiß von nichts. Ja, wie es dazu kam, ganz interessante Sache, Pia hat für Kai was geplant, nämlich eine Überraschung, dass wir uns zum ersten Mal sehen. Er feiert nämlich seine Geburtstag nach und jetzt ist soweit und alle sind ganz aufgeregt, außer Kai, denn er weiß ja nichts. Ich nehme euch so ein bisschen dem ganzen Geschehen mal mit und mal gucken, wie das so wird. Ich werde auf jeden Fall mal den Sprachrekorder anhaben, wenn ich bei Kai reingehe. Vielleicht schon vorher, wir müssen mal gucken. Ja, wir sind auf jeden Fall alle ganz aufgeregt und gespannt und schauen mal, wie das so wird, denn Kai und ich machen jetzt seit, boah, wie lange waren es jetzt? Es waren keine zehn Jahre, aber so ungefähr, oder? Waren es doch zehn Videos auf MJJ Reviews und dann kam der Podcast dazu und wir haben uns tatsächlich noch nie gesehen, das ist eigentlich ganz erstaunt. Also schon gesehen im Video, aber halt noch nicht persönlich und heute ist dann tatsächlich soweit. Wollen wir mal gucken, wie das wird. Ich bin auf jeden Fall hammer gespannt. So, das wäre es für jetzt erstmal. Bis gleich. Hallo, das ist Michael Jackson. Keep Michaeling. Herzlich Willkommen zu Folge 64 des deutschsprachigen Michael Jackson Podcasts. Ich glaube nicht, dass man deutschsprachig so betonen muss, aber ich habe es jetzt nochmal so gemacht, weil es irgendwie so intuitiv bei mir drin sitzt. Moin Kai, hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. We finally heard the last time, I think, four weeks ago. Probably. Probably. I have no idea. And in the meantime, there was a lot to listen to. Aber das mal wieder aufs deutsche Schwenken, glaube ich. Ist, glaube ich, leichter, denn zu deinem Englischsprachigen kommen wir auch später noch. I can't understand. Oh, es wird britisch, ich merke schon. Nein, okay. Jetzt kommt so ein britischer... Ich kann überhaupt kein britisch, aber egal. Nee, es ist halt dieses I can't. Yeah, I can't. Und so. Nee, also wir sind wieder zu zweit heute. Heute keine große Runde. Trotzdem Grüße an die anderen, die jetzt hoffentlich vor ihren Radiogeräten zu Hause sitzen und die letzte Folge des Jahres hören. Genau, es läuft ja so ähnlich, glaube ich, ab. Nein, aber ganz liebe Grüße an... Oh, jetzt darf ich niemanden vergessen. An Pia, an Matthias, an Jonas und an Jenny. Jetzt müsst ihr aber wirklich alle genannt haben tatsächlich. So viel sind wir ja auch gar nicht. Aber ich bin recht schlecht in sowas und lasse meistens irgendjemanden aus. Ja, ich vergesse auch immer jemanden. Es war dann mal nie böse gemeint, aber bei sechs Personen insgesamt sollte man es eigentlich noch wissen. Ja, was ist heute los? Wir haben unsere Jahresabschlussfolge, kann man so sagen, weil wir jetzt, wir senden das Ganze oder es wird verfügbar sein am Heiligabend, richtig? Also quasi am 24. Ja, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, tatsächlich. Stimmt, aber es wäre der Samstag. Genau, wir können es am Samstag machen, wir können es aber auch theoretisch einfach schon am 23. machen, wenn wir wollen. Ah, ich würde es jetzt am 24. Aber es wird ja sowieso, ich meine, es kommt ja eh über Nacht raus und dann ist es ja theoretisch schon am 23. noch gerade so da. Naja. Also weil ich mache es immer 23.55 Uhr neuerdings, damit das auch dann mal pünktlich ist, weil Spotify braucht immer so lange. Ja, stimmt, die brauchen so ein ganz kleines bisschen. Also auf jeden Fall ist es jetzt, ist jetzt der 24. Dezember und wir wünschen euch jetzt schon, dass es ein schöner Tag für euch wird, in welcher Form ihr auch immer Weihnachten feiert oder eben auch nicht feiert, das sei dahingestellt. Und wir machen heute so einen kleinen Jahresrückblick und gucken mal auf alle Folgen, die wir so produziert haben in diesem Jahr, also nicht jede Folge detailliert, aber halt so ein bisschen, auch so ein paar Neuigkeiten, die drin sind, wobei ich in Bezug auf Neuigkeiten längst nicht so verlässlich bin wie Jenny und ich habe auch eigentlich keine. Ich habe nur eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, Social Media betreffend, habe ich die im Vorfeld schon gesagt. Und würde gerne beginnen mit der letzten Folge, nämlich Thriller 40, bei der ich nicht anwesend sein konnte, weil ich krank war. Mich hat es einfach erwischt. Ich war wirklich die komplette Woche krank und ich hatte gehofft, dass ich dann noch dabei sein kann, weil ich mich auch drauf gefreut hatte und konnte das nicht, wurde aber von euch immer sehr lieb gegrüßt. Also Matthias hat am Schluss das auch nochmal gesagt und habe mich gut repräsentiert gefühlt. Und insofern habe ich mich auch mal wieder gefreut, eine Folge einfach so zu hören, ohne dass ich da immer gleich beteiligt bin. Und habe auch da gar nichts groß hinzuzufügen, außer einem Fazit. Ich danke euch, dass ihr, ich meine Pia hat gefragt, oder? Was denn? Danke euch, dass jetzt endlich geklärt ist, warum Jonas Willemir Willemir heißt. Ach ja, stimmt. War das Pias Frage, glaube ich, oder? Ich glaube schon, ja. Fand ich sehr cool und als der Moment kam, als sie das fragte, dachte ich, oh ja, danke. So ein Aha-Moment, ne? Ach stimmt, die Frage hätte man auch schon mal länger stellen können. Die Frage habe ich schon ganz lange und ich habe sie nie gestellt. Allerdings nicht, weil ich mich nicht getraut habe. Vergessen. Sondern einfach, ja, ich habe es einfach immer vergessen. Ich wollte ihn immer schon mal fragen, weil ich kenne ja seinen richtigen Nachnamen. Und dachte mir so, warum nennt er sich Willemir? Woher kommt das? Das muss ja irgendeinen Bezug haben. Ich wäre aber niemals darauf gekommen, dass diese Fußballer-Geschichte da irgendwie den ausschlaggebenden Punkt gemacht hat. Ich hätte jetzt gedacht, es hat irgendwas familiäres vielleicht. Dachte ich auch. Keine Ahnung. Irgendeinen Hintergrund, dass jemand Willemir hieß oder vielleicht Nachname des Großvaters oder was weiß ich irgendwie. Kann ja sein. Ich dachte einfach immer, dass Jonas vielleicht so, Willemir, ich weiß nicht, könnte ja so niederländisch oder so, dass er irgendwie von da kommt. Ich hatte das so im polnischen, türkischen Bereich, irgendwo so. Ja, am Ende war es dann der Fußballer der, was war es, sechste Liga oder irgendwas? Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas hat er erzählt. Willemir. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Grüße an Jonas und Pia an der Stelle für diesen Teil der Folge. Nein, ansonsten sehr cool. Und ich habe auch eigentlich alles so teilen können, wie ihr das eben auch gesagt habt. Ihr habt in der Folge, glaube ich, auch schon zur Sprache gebracht, dass John Branker, und das ist jetzt schon der nächste Punkt quasi, oder der erste richtige Punkt, dass John Branker jetzt aktiver in sozialen Medien ist. Und ich habe mich mit dir mal darüber ausgetauscht, beziehungsweise du hast mir darüber ja auch geschrieben, und du fandst das ja am Anfang eher so, ja, lächerlich ist das falsche Wort, aber ich weiß nicht, wie fandst du das? Nein, ich finde das einfach sehr verwirrend. Ja. Und ich finde, ich hatte, ich habe nur dieses eine TikTok damals gesehen, wo er so nach dem Motto gesagt hat, übrigens wünscht ihr euch ein Museum? Wenn ja, dann habe ich gute Neuigkeiten. Und das ist für mich so ein bisschen, naja, weil viele Leute, und ich glaube auch, nicht wir jetzt, aber die anderen haben, glaube ich, auch gesagt, so ja, er hat ja immerhin gefragt, was wünscht ihr euch und so. Das, finde ich, ist aber eher so ein falsches Nachwünschen-Fragen, weil die hätten das so oder so gemacht, ob wir gewollt hätten oder nicht. Ich glaube, und vor allem ist es ein ganz sicheres, also du kannst ja ganz sicher erwarten, dass die Mehrheit sowieso sagen wird, ja, natürlich wünschen wir uns das. Und das ist dann für mich noch nicht, ich bin jetzt einfach noch nicht so weit, dass ich sage, hey, cool, dass wir gefragt werden oder irgendwas, aber dass er jetzt generell dieses TikTok-Ding da macht, da habe ich jetzt ja nichts, da kann ich auch nichts Negatives zu sagen. Also an sich ist es ja keine schlechte Sache. Nur ich habe es jetzt, ehrlich gesagt, nicht weiter verfolgt und ich finde es nach wie vor ein bisschen komisch, weil TikTok für mich verbinde ich dann doch eher was mit viel jüngeren, also mit vielleicht 22-jährigen Menschen oder noch jünger, weißt du, also ich bin irgendwie gar nicht so, ich kann, ich finde das eigenartig. Wie meinst du, Zielgruppe? Als Zielgruppe und auch als diejenigen, die da aktiv was machen, dachte ich eigentlich auch, dass die viel jünger sind. Ich meine, da gibt es sicherlich keine Regeln, aber ich finde es halt irgendwie verwirrend einfach, es passt gar nicht für mich zu ihm als Person, dass er da auf TikTok aktiv ist. Ich weiß auch nicht, sicherlich ist er nicht der Einzige, der den Account da verwaltet, das ist sicherlich ein bisschen größer, da stecken bestimmt auch mehrere Leute hinter und die haben ja auch wahrscheinlich da viel vorproduziert, diese kleinen Clips, die da rauskommen, sind ja jetzt nicht alle spontan gedreht, sondern vorher mit Plan, denke ich mal. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, also ich will mich da noch gar nicht entscheiden, weil ich, wenn da jetzt irgendwie, wenn sich das cool entwickelt, ist es ja nicht verkehrt, das zu machen. Ja. Lange Antwort, kurzer Sinn. Nee, nee, ist schon nachvollziehbar. Ich habe mir nämlich daraufhin auch mal die Videos angeschaut ein bisschen und bin jetzt nicht bei TikTok, ich habe das Ganze bei Instagram verfolgt, weil er da auch diese Reels teilt und eben entweder in seiner Story hat oder als Beitrag auch gespeichert hat und ich sehe das auch so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, es ist einfach dadurch, dass ich nicht so der riesen Branker-Fan war immer, weil einfach so viele Jahre alles irgendwie komisch war, kommen jetzt auf einmal so Reels, wo ich dann so denke, okay. Was ist das jetzt wieder so? Also auf der einen Seite cool, dass man irgendwie so ein bisschen mehr erfährt, jetzt aber auch im Zusammenhang mit Thriller 40 natürlich bewusst eingesetzt, um das Ding zu promoten, ist ja auch klar. Auf der anderen Seite aber auch so Inhalte, die ich dann wieder, aber das ist halt dann was Persönliches, ich als Einzelperson nicht so unterschreiben würde. Er hatte jetzt irgendwie gerade sowas wie, also als Begründung quasi, welchen Weg der Estate so einschlägt und sie hatten ja das Musical in Las Vegas und sie hatten die Immortal Tour und ja und das Fazit war dann so, ja 2,5 Milliarden Dollar Einnahmen bedeuten, dass es der richtige Weg sein muss. Und da dachte ich so, Alter, echt, wenn das wirklich deine Einstellung ist und du vorher noch sagst so, wir entscheiden letztendlich ja auch als Fans, weil wir ja Michael nicht mehr fragen können, entscheiden wir selber als Fans. Ich finde, es wird immer sehr viel Wert drauf gelegt, wie viel Geld wurde eingenommen, wie viele Klicks hat jetzt Billie Jean und das ist auch als Michael Jackson Fan für mich, ist das nicht der ausschlaggebende Punkt, ob etwas erfolgreich oder gut, also erfolgreich schon, aber ob etwas eben gut ist. Also das nur am finanziellen Erfolg zu messen und das ist mir so ein bisschen viel und es ist sehr viel Rechtfertigung drin, auch in dem letzten Ding so, ja, der MJ Estate ist das Vorbild für andere Star-Estates und das, also sagt der wirklich, ne? Ja, ja, das steht auch, glaube ich, bis heute noch auf der offiziellen Website. Wird vielleicht so sein, weiß ich nicht. Ja, ja, doch. Das letzte Video, oder das, was ich als letztes gesehen habe, es mag nicht das letzte sein, war irgendwie, what made Michael great? Und dann zählt er auf, Michael dealt with Quincy Jones, he dealt with Barry Gordy and with me. Da dachte ich, ja, ja, echt jetzt, wirklich? Das war vielleicht mit so einem Augenzwinkern gedacht, aber, ey, ne, also tut mir leid, ich werde da kein, ich werde da zur Zeit noch nicht warm mit. Genau, also ich wollte nochmal da hinzufügen. Das braucht ein bisschen. Das Ding ist, genau, ich bin auch nicht, einfach jetzt nicht der John Branker Fan, aber ich finde auch, genau aufgrund dessen, wie es so die letzten Jahre gelaufen ist, auch für die Fans und so weiter, natürlich haben die sicherlich auch einige Sachen gemacht, die ganz cool waren und so, aber aufgrund dessen, dass irgendwie wir uns ja mit jedem Release irgendwie auch irgendwo aufgeregt haben oder enttäuscht waren oder uns gefragt haben, was soll das, was ihr da macht, finde ich, ist es, also, es klingt jetzt halt komisch, aber ich will da jetzt auch nicht sofort, sag ich mal, einknicken, weißt du, also, weißt du, dann machen die jetzt so einen Social Media Move, das ist ja an sich gar nicht verkehrt, das ist gut, die junge Zielgruppe ist auf TikTok und so und da kann man dann noch mehr Leute abgreifen und das ist ja auch gut für Michael und für seine Legacy und so weiter, aber ich will jetzt noch nicht so schnell einknicken und direkt sagen, ja geil, ich feiere das total, dass der SZ jetzt endlich, nee, also jetzt endlich ist der SZ, also jetzt macht der SZ momentan noch nicht alles super, also es gibt jetzt ein paar Sachen, die sind ganz cool gelaufen und das sieht aus, als wäre das ein Weg, der eingeschlagen wird, der vielleicht irgendwie in diese Richtung geht und so weiter geht und das ist dann auch gut, aber ich bin, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass man jetzt irgendwie schon sagen kann, ja, ist alles geil, was die machen so und jetzt auch TikTok, ja geil und John Branker, geiler Typ, nein, kann ich jetzt noch nicht sagen, mir fehlt noch ein bisschen was. Ich will erst mal gucken, wie entwickeln sich die Dinge. Geht mir genauso. Und man ist aber natürlich in so einer... Aber ich hab natürlich an sich persönlich gegen John Branker eigentlich nix. Ich kenn den ja gar nicht, so weißt du. Aber bei mir klingt das immer so anti, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Es ist einfacher natürlich auch eine Perspektive. Ich will jetzt noch nicht verzeihen, okay? Nein, Spaß. Nein, es ist ja auch eine Perspektive, die wir da einnehmen oder beziehungsweise Forderungen, die wir immer stellen, von wegen, bringt doch das Dreier-Vinyl, bringt endlich die Live-Konzerte, bringt dies und das. Eigentlich steht uns das ja gar nicht zu. Es ist ja überhaupt gar nicht der Punkt, dass wir das wirklich einfordern können. Nicht zu 100 Prozent nicht, ja. Aber ein bisschen steht uns schon zu. Ja, natürlich. Weil wir das auch alles kaufen. Ja, das ist richtig, genau. Aber wir kaufen natürlich auch den ganzen Schrott. Ich meine, Jonas und ich haben uns beide die Thriller 40 gekauft als Vinyl, wobei wir beide wussten vorher, und Jonas sagt es auch in seinem Video, wir wussten beide, dass wir davon enttäuscht sind. Wir wussten, wie das Cover aussehen wird. Wir wussten, dass es eine Einzelpressung jetzt ist. Und eben leider doch keine Doppel- oder Dreifach-Vinyl, sondern wirklich eine Einzelpressung, wo kein wirklicher Mehrwert ist. Und trotzdem haben wir sie beide gekauft. Eigentlich hätte man jetzt sagen müssen, nein, wir machen das wie bei dem This-is-it-Set. Das ist einfach viel zu teuer und völlig sinnlos. Und was ist das für ein Jubiläum? Das wird jetzt einfach nicht gekauft. So, Punkt. Um auch ein Zeichen zu setzen, aber machen wir ja nicht. Insofern sind wir ein Stück weit selber schuld, wenn man es dann eben immer wieder mitmacht. Also ich habe alles abbestellt tatsächlich. Bis auf die CD, die ich mir dann nochmal geholt habe. Mittlerweile, ich bereue mittlerweile, dass ich mir nicht die Ultradisc als Vinyl, also diese Master-Recordings bestellt habe. Weil jetzt gerade wird mir das wieder zu teuer mit den über 100 noch was Euro. Aber ich habe die bei Jonas gesehen und bei Hector gesehen und bei noch irgendeinem anderen audiophilen Schallplattensammler in einem Video. Und finde dieses Box-Set wirklich schön. Es hat ja auch nichts mit dem Estate zu tun. Das ist ja wirklich diese Master-Recordings-Reihe. Und das finde ich einfach optisch schon mal unheimlich schön. Und qualitativ scheint das total wertig zu sein. Also das ist was, was ich mir auf Dauer vielleicht auch nochmal zulegen würde. Naja, das ist ja auch tatsächlich, das hat ja nicht immer wirklich was mit Thriller 40 zu tun, ne? Nein, das ist gar nicht mit Thriller 40. Also es ist halt in dem selben Jahr erschienen, aber das ist kein Thriller 40-Release. Die haben nur die Promo mitgenommen. Ja, genau. Ja, ist ja so. Zum 40-Jährigen das eben nochmal rauszubringen. Genau, das wäre ein Release, was ich mir eventuell auch nochmal zulegen würde. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich dann doch Sachen kaufe lieber, die ich lieber haben will. Zu Thriller 40 eine Sache noch. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal erwähnt hatte. Es wurde jetzt ja auch noch Thriller, das Album, als Dolby Atmo veröffentlicht. Auf Apple Music. Auf Apple Music. Genau. Und ich habe es gehört, ich habe es gehört, ich habe auch mittlerweile Airpods, weil es darauf tatsächlich nochmal geiler klingt, als auf guten Studio-Kopfhörern. Und das ist wirklich der Hammer. Also das ist für mich persönlich echt eine der coolsten Sachen von Thriller 40, dass diese Dolby Atmo-Dinger, weil da nochmal so ein neues Leben in der Musik ist irgendwie. Und ja, falls ich das schon erwähnt habe, sorry, falls nicht, unbedingt anhören. Wenn man Apple Music hat, ist es echt wirklich irgendwie, du bist so in der Musik drin, also du bist in diesem Album so drin und es wurde auch anders abgemischt. Es ist nicht einfach irgendwie so ein Fake-Ding, sondern es klingt anders. Also du hörst tatsächlich mehr Instrumente verschieden raus. Ich glaube sogar bei Human Nature ist irgendwo, ich glaube ganz am Anfang, ein anderer Vocal-Take, glaube ich, sogar genommen. Das hast du mal geschrieben, dass du das meintest, ja. Es klingt wirklich anders und interessant und ja, irgendwie auch zeitgemäß, obwohl Thriller jetzt nie nicht zeitgemäß klang, aber naja, du weißt. Ja, ich weiß, was du meinst. Wollte ich nochmal sagen. Bin ich gespannt. Ich habe leider keine entsprechenden Kopfhörer dazu. Aber ich fände das auch mal spannend, das so zu hören. Ja. Hallo. So, bei Licht aus melde ich mich wieder aus dem Auto von Pia und wir warten jetzt hier gerade auf Jonas. Hallo Pia. Hi. Und es ist einer dieser total surrealen Momente wieder, so ähnlich wie, ich habe es gerade schon Pia gesagt, als ich Matthias das erste Mal getroffen habe. Aber ich mag surreale Momente und bin sehr gespannt gleich auf Jonas, der gleich auch noch kommt, den wir auch beide noch nie gesehen haben. Ja, noch nie. Ich bin so aufgeregt. Echt Hammer. Ja, ich auch. Ich stand da schon, glaube ich, ich stand da schon eine halbe Stunde früher draußen heute und habe mal geschaut und habe Pia schon geschrieben, ich stehe schon draußen und habe zack noch das Geschenk vergessen. So Kai, du hörst es jetzt. Also das Geschenk ist jetzt mit dabei. Es ist jetzt hinten im Kofferraum und jetzt warten wir auf Jonas. Michael hat ja mit Toto gearbeitet, auch bei Thriller. Und es gab ja mit Steve Porcaro jetzt irgendwann ein Leak, wo du mir auch gesagt hast, bitte hör dir das nochmal an, bevor wir die Folge machen. Und zwar Chicago 1945, 1945 heißt das. Und das andere ist Dream Away. Und ich habe es mir beides angehört und bitte dich aber trotzdem noch, um das einmal einzuordnen, weil ich das tatsächlich nicht kann. Und ich habe bei Chicago 1945, also das sind beides Tracks, ich vermute jetzt einfach mal, ich habe es nicht ganz mitbekommen, da bist du mehr in der Materie. Beides Tracks, die bei solchen Listening Sessions, die man manchmal, wo man so in the studio with Brad Buxer oder sowas. Nee, es ist gar nicht Brad Buxer. Brad Sunberg. Ja, ganz genau. Danke. Mit Brad Sunberg. Da werden solche Tracks manchmal auch vorgespielt, die eben nie veröffentlicht worden sind, aber die sind eben auch nur für diesen Ort bestimmt. Und zwei dieser Tracks wurden geleakt und das stieß auch gar nicht so wirklich auf Zustimmung, was ich auch verstehen kann, weil dadurch natürlich solche Events auch gefährdet sind. Ja. Weil da eben dann nicht mehr sowas vorgespielt wird, wenn die Leute sich nicht an die Regeln halten. Das finde ich tatsächlich auch irgendwie kacke. Ja. Ich habe trotzdem natürlich die beiden Songs gehört und finde sie beide cool und dieses Dream Away finde ich richtig cool. Sind das beides Tracks aus den Thriller Sessions? Soweit ich weiß. Also erstmal, du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Daher kommen diese Songs. Und ich bin der Meinung, dass Dream Away, ich glaube, das heißt eigentlich Dreams Away, ich bin da aber nicht ganz sicher. Der stammt, glaube ich, aus der Thriller-Zeit. Bin ich mir relativ sicher. Zumindest noch vor Bad irgendwie. Woher machst du das fest, wenn du das sagst? Ich habe es gelesen. Ich glaube, ich weiß nur das Jahr nicht mehr. Es war aber früher 80er, meine ich. Okay. Und Chicago kommt, glaube ich, da bin ich nämlich nicht sicher. Ich glaube, das wäre ein Bad-Song an sich. Aber ob er jetzt nach oder vor Bad irgendwie aufgenommen wurde, weiß ich nicht. Ich glaube natürlich vorher. Ja. Und ja, ich wollte dir die schicken, weil die mich extrem geflasht haben, die Songs. Und einerseits glücklich gemacht haben, dass ich sie hören kann, auch wenn die Qualität scheiße ist. Ja. Und andererseits natürlich auch mich so ein bisschen enttäuscht haben, weil ich mir dachte, wie kann es sein, dass die noch nicht irgendwo als Bonus erschienen sind? Und wie kann es sein, dass die nicht auf Thriller-40 sind, wenn Thriller-40, also wenn die aus der Thriller-Zeit kommen? Weil das sind so starke Songs. Also selbst Dream Away fand ich so krass. Finde ich super schön. Ja, total. Und auch so modern irgendwie. Ja, Hammer, oder? Der könnte jetzt halt rauskommen einfach. Ja, und wäre total klar und würde überhaupt nicht angestaubt klingen. Ich habe bei Chicago 45 in dem, ich gucke ja als allererstes, schaue ich immer in dem Michael Jackson For The Record Book von Chris Catman und Craig Elstead. Und habe zu Dreams Away oder Dream Away nichts gefunden, nur zu Chicago 45. Und da steht aber auch nur drin, dass Michael das eben mit Steve Porcaro geschrieben hat. Und da wird er einfach nur zitiert. Also Steve Porcaro, der sagt, Michael and I wrote a song called Chicago 1945. I did the music and Michael the lyrics. Ja, und Years To Go. Man weiß aber nicht, wann das gemeint ist. Und Michael rezitiert den ganz kurz in einer Gerichtsanhörung 1993. Da ging es aber um Plagiatsvorwürfe, meine ich. Ja. Zu Dangerous, meine ich. Genau, die Ära war es auf jeden Fall. Und danach wurde der Film, der Filmquatsch, wurde der Song, steht hier, nochmal überarbeitet mit Fred Jerkins, Rodney Jerkins für Invincible eventuell. Aber wurde auch eben da nicht veröffentlicht. Also es muss verschiedene Versionen davon geben. Und die eine haben wir jetzt eben gehört. Ich weiß aber nicht, aus welcher Ära die stammt. Die klang schon so, dass ich dachte, war das vielleicht die, die für Invincible aufgenommen wurde? Das glaube ich tatsächlich nicht. Also für mich klang es eher nach Bad-Ära oder vielleicht auch irgendwie kurz vor Dangerous oder so. Ich muss sagen, Chicago 1945 ist, also ich finde persönlich, der ist mal ein bisschen anders als andere Michael-Songs. Der hat so ein bisschen diese Vibes, Swing-Jazz-mäßig zum Teil mit den Bläsern. Und auch diese Bridge, in der er einfach nur Chicago, also was er immer wiederholt, total ungewohnt irgendwie. Ich finde das ziemlich cool. Ich mochte den Song sehr gerne. Und ich finde, der ist ja auch, also für mich klingt das nicht so, als wäre der nicht fertig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nein, der klingt total fertig. Irgendwie klingt das, ja gut, aber es ist typisch Michael Jackson. Michael sagt dann so, nein, das ist eine Demo, das ist noch gar nicht fertig. Und alle anderen denken so, hä, was fehlt denn da noch? Ist doch perfekt so. Und ja, ich bete dafür, dass wir diese Songs irgendwann irgendwo drauf bekommen, weil die ja so geil sind. Und übrigens, da müssen wir ja auch mal hier aufräumen. Es gibt ja, also viele Leute sind ja felsenfest davon überzeugt, dass Dream Away fake ist. Und dass das nicht Michael singt, sondern irgendein Dubel. Angeblich der selbe Typ, der auf den Michael-Fake-Songs da gesungen haben soll. Können wir da mal bitte einfach sagen, dass es garantiert nicht so ist? Ich weiß nicht, ob das garantiert nicht so ist. Das ist das, was Michael Jackson singt. Vor allem, wenn Steve Porcaro das, also es gibt ja auch eine Audio, wo er noch kurz drüber spricht. Ja, aber Dream Away ist nicht das, was Steve Porcaro, also das ist nicht das, was ich aus dem Buch gerade rezitiert habe. Ja, ja, nein, aber es gibt von Dreams Away, von der Aufnahme gibt es noch eine zweite Aufnahme, die haben es, glaube ich, mehrfach gespielt, wo er kurz vorher noch dazu was erzählt. Und da hört man ihn auch. Und ich meine, hallo, wer kann denn so gut Michael imitieren? Dann, also sorry, aber das ist nicht Fake. Wenn das Fake ist, dann, dann. Ich würde es eher daran festmachen, dass es eben auf einem dieser Listening-Seminare gespielt wurde. Ja. Und das ist für mich, das täte ich der ausschlaggebende Punkt, dann zu sagen, dann wird es auch kein Fake sein, weil, war das auf dem Brad Sandberg-Seminar überhaupt? Nein, das war irgendwas anderes mit diesem Steve Porcaro und noch wem. Und die haben ja auch, ist auch noch so ein bisschen so ein Beweis, die, ich glaube er, Steve, ich weiß nicht, ob er das war, hat ja auch auf Twitter dann, nachdem die geleakt sind, die Songs darüber auch gepostet und gesagt, dass die das nicht geil finden und so weiter. Okay. Das würden die ja nicht machen, wenn es Fake wäre. Okay, ja, danke für die Aufklärung, da war ich jetzt nicht ganz sicher, wie das da ist. Ja, dann ist es ja außer Frage letztendlich. Ich kam auch nur drauf, weil, wie gesagt, Toto involviert war und ich das so in die Thriller-Ära erstmal geschoben habe, aber das ja auch später stattgefunden haben kann. Ich weiß die Jahreszeile leider nicht, es steht hier auch wirklich nicht bei und ich war nicht auf dem Seminar. Insofern, wieder einmal nur eine halbe Information, es tut mir leid. Aber so ist es nun mal eben. Ja, das geht auch gar nicht, finde ich. Nee, ist schlimm, ich weiß. Ich habe zu Thriller 40 tatsächlich erstmal nichts, ich würde sagen, wir lassen das erstmal wirken, die nächsten Wochen und Monate und gucken mal, wie wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr über das Album reden, aber ich finde es bisher wirklich cool, ich schließe mich Jonas auch voll an und euch allen eigentlich, ich muss sagen, die CD gefällt mir richtig gut, optisch, musikalisch, alles geil, gefällt mir wirklich gut. Ich mag es wirklich gerne, also ich habe mich damit echt wirklich versöhnt und finde es richtig cool, über die Vinyl sprechen wir nicht mehr. So, Schritt 2, wir sitzen wieder im Auto und haben jetzt Jonas im Gepäck. Moin Jonas! Hallo! Das ist so lustig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil wir wirklich diese ganze Zeit uns immer im Video gegenüber sitzen, irgendwann und Folgen machen und jetzt sitzt du auf einmal hinten drin. Ich kann Jonas sehen. Ja, ich kann Tim sehen und Pia kann ich auch sehen. Hallo! Das ist so, das ist so strange und wir sind jetzt auf dem Weg zu Kai, der immer noch nichts weiß und hoffentlich nachher nicht total geschockt ist und gar keinen Bock hat, uns zu sehen. Das ist so meine Hauptsorge, dass er da irgendwie sitzt und so. Fahren wir halt wieder. Fahren wir halt wieder. Ich habe sonst auch ein Hotelzimmer, das ist nicht weit weg, Jonas. Da ist auf jeden Fall, Fernsehempfang hat das Ding. Das ist die Hauptsache. Genau, YouTube glaube ich nicht, aber wenigstens so. Okay, also ich melde mich dann gleich wieder von der Tür vor Kai. Wir hatten eine kleine Verlosung, die habt ihr letztes Mal auch gemacht. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen, denn wir haben... Krass ja, ne? Jetzt habe ich in mein Regal geguckt, weil die hier wirklich lange standen und denke, scheiße, wo sind die Bücher hin? Ich habe sie verschickt und sie sind auch angekommen. Wir haben nämlich schon Nachricht gekriegt und ich dachte mir, ich nutze heute mal so ein bisschen die Zeit und lese mal am Jahresschluss einfach ein paar Mails vor und ein paar Insta-Nachrichten von eben den Gewinnern und warum sie eigentlich gewonnen haben. Wobei, warum sie gewonnen haben, kann man daran nicht festmachen. Wir haben ja wirklich gelost, also ihr habt gelost und dann sind es die drei geworden und wenn du bereit bist, lese ich einfach jetzt ein bisschen vor. Ja, auf jeden Fall. Schön. Also, Elmar, der ja auch das Ding gewonnen hat, das Buch von Alex Gernandt, das Neue, hat nämlich geschrieben, aufgrund des Gewinnspiels im Podcast schreibe ich hin und was. Mein Lieblingsmoment, wo ich gerne dabei gewesen wäre, ist der, als die Notorious B.I.G. Michael für den Track This Time Around getroffen hat. Ich feiere den Song und die Hintergrundgeschichte sehr, da ich eben auch Biggie Smalls Fan bin und zu gern die andere Strophe von ihm hören würde. Kann ich verstehen. Also, Rap-Historie. Auf jeden Fall. Tim hat sich verschluckt, glaube ich. Tut mir leid. Das schneiden wir jetzt einfach mal nicht raus. Trink mal Orangina. Mh, lecker. Darauf einen Schluck Orangina. Jetzt geht es schon wieder viel besser. Hey, als wäre nichts gewesen. Hey, wow. Ich hole mal das Geld abgeben. Hey, wow. Genau, so. Außerdem hat Elmar danach nochmal geschrieben und hat sich bedankt und hat geschrieben, aufgrund der Tatsache, dass ich euren Podcast schon seit langer Zeit höre, muss ich euch alle einfach einmal für den ganzen Aufwand loben, den ihr in dieses Projekt hineinsteckt und schreibt dann noch ein bisschen länger und kommt dann zum Schluss. Meiner Meinung, meiner Ansicht nach, ist dieser Kanal einer der besten Michael-Jackson-Fan-Kanäle überhaupt. Daher finde ich es umso schöner, ein Gewinner einer Auslösung zu sein. Auslösung zu sein und möchte mich ebenso dafür bedanken. Das ist sehr nett. Herzlichen Dank. Das ist auch endlich, dass das mal endlich nach elf Jahren jemand sagt. Oder zehn oder so. Und das Buch ist jetzt, nein, es ist, ja, auf jeden Fall ist es nach Österreich rausgegangen und hat ihn auch erreicht. Da freue ich mich sehr, dass das angekommen ist alles. Dann möchte ich die Nachricht vorlesen von, jetzt muss ich mal gucken, denn das kommt erst ganz am Schluss, der Name, nee, kann man nämlich nicht lesen, M01K02I20A20. Das könnte wirklich ein Name sein. Sehe ich das nur einfach nicht? Bitte? Sehe ich das jetzt nur einfach nicht, diesen Code in dem Namen? Nee, weiß ich nicht, ja. Eine lange Zahlenfolge. Auf jeden Fall, eine lange Nachricht. Und da steht, ich freue mich schon riesig darauf, mir die anzuhören, liege leider noch ein paar Folgen hinterher. Ich weiß noch, als André Santisi bei mir in der Schule auftauchte, ah ja, genau, da geht es um André, Grüße an André an der Stelle, und alle Kinder dachten, das wäre der echte Michael, das muss so 2010, 2011 gewesen sein. Dann musste er quasi eine Autogrammstunde noch bei uns im Ganztag machen, weil alle Fans waren. 2020 habe ich ihn dann wieder bei mir in der nahegelegenen Eisdiele getroffen, wo ich gerade bei meiner Mutter dran vorbeigefahren bin. Sie musste sofort anhalten und mich rauslassen. Ich war so aufgeregt, als ich dann vor ihm stand, dann ist er so nett gewesen und ist kurz mit rausgegangen. Dann konnte ich mich mit ihm unter vier Augen unterhalten, wie er Fan geworden ist, wie er das 2009 erlebt hat und wie das für ihn ist, so Performer zu sein. Am Ende gab er mir noch ein Autogramm und wir haben ein Foto gemacht und ich war so aufgeregt, als wäre der echte Michael Jackson vor mir. Und schreibt am Schluss, irgendwann war ich wieder in der Eisdiele und habe mir Eisdielebecher geholt. Als ich zu Hause war, das Eis aufgegessen hatte, habe ich zwischen dem Pappuntersetzer und der Papierverpackung eine Autogrammkarte gefunden von ihm, weil er das so cool fand, einfach von mir in der Eisdiele so bejubelt zu werden. Ja, cool. Danke für die Geschichte auf jeden Fall und ich muss auch sagen, das war wirklich eine sehr entspannte Folge und auch im Vorfeld sehr entspannt mit eben André und das, ja, das war richtig schön und insofern Grüße nochmal. Es war auch eine der Folgen in diesem Jahr. Jetzt kommen wir so ein bisschen wieder zu den Dingen bei Instagram und zwar Silvio und der hat auch, glaube ich, gewonnen, richtig? Auch, ja. Der schreibt nämlich, es war mir wie immer eine Freude, euren Podcast zu hören. Einen einzigen Lieblingsmoment mit Michael kann ich gar nicht so genau nennen. Ich würde eher sagen, dass es generell der Moment war, in dem ich Fan von Michael Jackson und dem gesamten Universum geworden bin und freue mich über jedes einzelne Stück, welches meine Sammlung erweitert und einen weiteren Teil Michael Jackson in mein Leben bringt. Damit hat er an der Verlosung teilgenommen. Grüße an Silvio, der das Buch jetzt eben auch bekommen hat. Ja, da gab es noch etliche andere. Insta-Neulings 2510 hat uns noch geschrieben. Ganz liebe Grüße, auch immer aktiv dabei und Matt Schworn BVB hat geschrieben Beyond Escape und Sir Toby wieder, der auch ganz treuer Hörer ist. Erik NMNN hat glaube ich auch schon mal was gewonnen, diesmal aber nicht. Der hat die Private Home Movies zum Beispiel als Lieblingsmomente und die Wasserschlacht, die darin zu sehen ist. Finde ich auch immer total geil. Und eine Mail, oh ich habe noch zwei etwas längere Mails. Und zwar, die eine ist von Monika. Und die hat auch gewonnen. Und Monikas Momente waren folgende. Hallo ihr zwei. Also einer meiner Lieblingsmomente mit Michael war eine Begegnung in Warschau im September 1996 History Tour. Michael hat dort einen Musikladen besucht. Ich war auch dort mit ein paar Freunden. Die Security schirmte ihn im Laden ab. Zwei Freunde von mir durften zu ihm. Irgendwann hörte ich einen meiner Freunde immer wieder meinen Namen rufen. Monika, Monika. Die Security ließ mich dann auch zu ihm. Als ich neben Michael stand, rief er dann weiter meinen Namen. War eine witzige Situation. Wir machten ein Foto, tauschten uns kurz über das vorherige Konzert in Budapest aus. War toll, ihn recht entspannt im Laden zu erleben. Sie spielten James Brown, worauf er natürlich ziemlich abging. Schönen Tag euch und macht weiter so. Viele Grüße, Monika. Dankeschön. Dankeschön, Monika, für das Teilen des Erlebnisses. Und jetzt hast du gewonnen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Kamil hat auch eine hat auch was gewonnen. Ein Poster. Das Poster. Und das kommt auch noch, Kamil, falls du uns jetzt hörst. Leider gab es mit den Postern tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Was war da los, Kai? Sag nochmal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wir, ich glaube, das ist jetzt ja wahrscheinlich die zweite Posterbestellung, die, glaube ich, dann angekommen ist. Wir haben das ja schon, weiß ich nicht, es ist schon ein Monat her oder länger, dass wir diese Poster bestellt haben. Und dann kamen die auch irgendwann bei Matthias an und Matthias hat die dann fertig gemacht und so und losgeschickt und dann kamen die einfach nicht bei mir an. Genau. Die sollten ja vor meinem Geburtstag noch da sein. Das war ja am 6.11. war mein Geburtstag, das ist ja auch schon her. Und die kamen einfach nicht und kamen einfach weiterhin nicht und dann hat irgendwann Matthias eine neue Bestellung gemacht bei der Druckerei und die sind jetzt auch mal gekommen. Genau. Die hast du auch schon gesehen. Gesehen habe ich sie, ja. Aber die sind jetzt nicht bei dir, oder? Doch, doch, sie sind noch bei mir. Die muss ich euch allen noch schicken. Okay. Mit euch allen meint er jetzt dem Podcast-Team. Genau. Und eben Kamil. Ich meine, Kamil hat es gewonnen, oder? Ja. Ist das so? Ja, ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Okay, cool. Denn das Poster ist tatsächlich ein besonderes Poster. Ihr erinnert euch vielleicht an, das sieht man bei YouTube, sieht man ja immer einzelne Folgen-Cover, die Kai immer macht. Bei Spotify sieht man das nicht, weil es ist immer das Gleiche. Aber bei YouTube schaut man nach und bei Instagram posten wir die auch. Da sind immer ganz coole Cover und Kai zaubert immer was mit seinem grafischen Mastermind so und hat zu der Thriller Danke, danke, habe ich gesagt. Ja, nee, wirklich. Ich finde es immer total cool. Das war nicht sarkassisch gemeint, das war ganz ernst gemeint. Ich weiß. Du hast zu der Thriller Halloween Folge von uns, die wir gemacht haben oder genau genommen haben du und Matthias die ja gemacht und wir haben mit aufgenommen. Da hast du ein, ja, es ist wie so ein Filmplakat eigentlich zu der Halloween-Folge mit dem Podcast und das ist so geil geworden, dass wir irgendwie gesagt haben, ey, das müssen wir unbedingt als Poster machen für uns privat und haben dann halt einfach gesagt, okay, komm, ein Poster verlosen wir dann auch noch dazu und irgendjemand ist dann hoffentlich froh darüber und kriegt es. Und das geht dann auch noch raus. Also, Kamil, falls du uns die Adresse noch nicht geschickt hast, dann bitte schick sie uns gerne noch. Denn, aber ich meine, ich habe dich auch kontaktiert. Ich bin mir nicht, ich hoffe das. Wenn nicht, dann tut es mir sehr leid. Aber ich meine, ich habe dich kontaktiert. Und er schreibt, das muss ich doch vorlesen, weil es eine längere Geschichte ist. Hallo MJ Podcast Team, ich habe leider erst heute eure letzte Folge gehört und von dem Gewinnspiel mitbekommen und ich hoffe, dass ich immer noch dabei sein kann. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Also du bist dabei gewesen, hast du gemerkt? Vorab möchte ich die Gelegenheit nutzen, um euch Danke für den Podcast, die dort behandelten Themen etc. zu sagen. Es fühlt sich an, als wäre nach all den Jahren Fan sein endlich ein Portal geboren, das mich tief bewegt und total abholt. Ich vollende teilweise eure Sätze und wundere mich, dass es Fans da draußen gibt, die ähnlich denken wie ich. Macht weiter so und ich werde euch tatkräftig bei allen Vorhaben unterstützen. Ich hoffe auch, dass man sich irgendwo auf einer Veranstaltung, zum Beispiel in the Studio mit MJ treffen wird. Ich gehe davon aus, dass das so sein wird, Kamil. Wir werden irgendwann, jetzt ist Corona ja tatsächlich ein bisschen weg und ich habe ja immer noch Bock drauf, jetzt muss ich kurz diese Mail unterbrechen, die ich gleich weiter vorlese, ich habe ja immer noch Bock drauf, dass ich, oder nicht, dass ich, sondern dass wir, ich wollte eigentlich sagen, dass ich und du, also du und ich oder sogar das ganze Family hier, mal einen Live-Podcast machen, vielleicht wirklich bei so einer Michael-Jackson-Party in so einem Vorraum oder so, wo man dann sich einfach hinsetzt und eben live von der Veranstaltung einen Podcast macht und den aufzeichnet und da auch eben auf Leute trifft oder auf Hörerinnen und Hörer trifft, die, ja, dann direkt ihren Senf dazugeben können oder reinbrüllen oder so, keine Ahnung. Das fände ich total cool. Vielleicht passiert das mal irgendwann. Aber erst mal zu meinem Lieblingsmoment mit Michael, also jetzt wieder Camille. Es gibt wirklich viele. Mein erster richtiger Traummoment war die Dangerous-Tour. Fan bin ich geworden durch meine Patentante circa 1988. Guck mal, ähnliche Phase wie ich. In der Hochphase von Bad, aber war leider zu klein für die Tour. Ja, das Problem kenne ich. Meine Eltern waren keine großartigen Konzertgänger, sodass es eine Arbeitskollegin meines Vaters war, die mich auf mein erstes Konzert eingeladen hat. Gelsenkirchen 92. Alles war perfekt. Aber Moment, in Gelsenkirchen 92. Ah, kommt jetzt nämlich. Alles war perfekt. Parkstadion in Gelsenkirchen, genau wie im Moonwalker zusammensteht von Moonwalker. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das Konzert abgesagt werden würde, da Michaels Gesundheitszustand im Keller war. Richtig, das war auch mein Konzert. Es war die Hochphase von Dangerous. Ich habe das Album verschlungen, es ständig auf meinem Walkman auf unserem Balkon gehört, rauf und runter. Besonders hat mir immer Will You Be There gefallen, neben dem erste Teil New Jack Swingbrett, das ist auch ein Zungenbrecher. Aber der Beethoven-Teil von Oh, und da bin ich bei allen Bands und Künstlern ganz schlecht, W-Y-B-T Will You Be There hat mir immer wieder die Schuhe ausgeguckt. Ich kann das immer nicht verstehen, ganz kurz ein Mail, unterbrecher wieder, wenn Fans die Titel in Buchstaben schreiben. Ich mache das auch voll oft. Aber nur bei den ganz Bekannten. Ja, ich check das immer nicht. M-I-T-M So was wie The TV, keine Ahnung. Ja, kennst du M-I-T-M? M-I-T-M? Man in the Mirror. Ja. Ja, jetzt bin ich aber auch gedanklich drin. Aber kann ich nicht. Aber nun zum geilsten Moment, der eigentlich Michael nicht involviert. Ich habe am Tag vor dem Konzert meinen Vater angefläht, zum Parkstadion Gelsenkirchen zu fahren. Wir waren in Essen bei meinen Großeltern zu Besuch. Mein Vater hat letztendlich eingewilligt und ist mit meiner Mutter und mir ähm Moment, muss ich mal ganz kurz schauen. D-d-d-d-d Tut mir leid, aber ich habe es auf dem Handy abgespeichert, voll doof. Ist mit meiner Mutter und mir zum Stadion mit Michael im Kassettenplayer gefahren. Vor Ort war es extrem leicht, zum Marathon-Tor zu gelangen. Andere Zeiten und es war spät, circa 22 Uhr. Wir haben geparkt und der anwesende Wachdienst hat es erlaubt, einen Blick auf die Aufbauarbeiten zu werfen. Oh, wie cool, da wirklich kein Schwein dort war. Ich war im siebten Himmel. Der Schock am Tag darauf war dementsprechend richtig hart. Das kann ich mir vorstellen oder weiß ich selber. Nichtsdestotrotz war ich on fire, Jackson-Fan durch und durch. Es folgten zwei Konzerte der History-Tour in Köln und Gelsenkirchen, von denen das im Müngersdorfer Stadion mein zweitgeilster Moment ist, da sich mein Vater den ganzen Tag Urlaub genommen hat und wir bereits um 14 Uhr am Stadion waren. Konzert war einfach fett. Vor Ort hat sich jedoch wieder etwas in mein Hirn eingebrannt, das wieder mal nichts mit Michael direkt zu tun hat und zwar der Soundcheck der Band. Im Repeat wurde, komm, hilf mir, IGY von Donald... IGY? Ja. von Donald Fagin gespielt. Sagt mir nix. Damals dachte ich noch, es wäre ein Unrelease-Track von Mike gewesen. Erst Jahre später habe ich den Songtitel in Erfahrung bringen können. Kam auf dem Weg zur Erkenntnis vor, wie in der Folge von Eine schrecklich in der Familie, wo Elle ständig einen... Mal kurz mal wieder weitermachen... Ständig einen Song Leuten vorsummt und die nicht wissen, worum es sich dreht. Heute bringt mich der Track immer wieder direkt nach Müngersdorf. Ey, verdammt noch, was ist denn das dann? Weiß ich nicht. IGY? Was gibt's denn da? I got you? Wie, I got you? Keine Ahnung. Under my skin oder was? Ja, ne. Big Band-Klassiker. Egal. Das war es jetzt aber von mir. Ich hoffe nicht, dass ich euch gelangweilt habe. Wie heißt der Künstler? In keinster Weise. Wie heißt der Künstler Michael Jackson? Nein, nein, IGY von... Nein, im Repeat wurde IGY von Donald Fagin gespielt. Okay. Das tut mir leid. Da musst du uns doch mal schreiben, Kamil. Das heißt IGY das Lied. Also I.G.Y schreibt er. Ja, ja. Das heißt so. Ich hab geguckt. Das heißt so, das Lied. Ach so. Und der Künstler heißt auch wirklich Donald Fagin, oder was? Ja, ja. Und okay. Soundcheck. Guck mal, jetzt versteht ihr es auch erst. Ja. Dabei ist es eigentlich ganz deutlich geschrieben. Ja, ich hab's nicht verstanden. Okay. Alles klar. Guck mal, ich bin zu doof dafür. Heute bringt mich der Track immer wieder direkt nach Müngersdorf. Da hab ich stehen geblieben. Bin selber über die Länge der Mail überrascht, aber das passiert, wenn man euren Podcast hört. Man ist im MJ-Himmel und kann nicht aufhören, in Gedanken zu schwelgen. Ich wünsch euch alles Gute und hoffentlich mal irgendwo bald face to face. Beste Grüße, euer Fan Kamil. Fan, brauchst du nicht sein. Die sind ganz normale Typis, die hier sitzen und manchmal Quatsch erzählen. Aber danke dir für deine Mail. Das hat uns sehr gefreut. Dankeschön. Und es gab noch etliche andere Nachrichten, die ich jetzt aber nicht alle vorlesen kann. Elma hat nochmal länger geschrieben, tatsächlich auch. Und Adriana schreibt regelmäßig und hat sich über den Halloween-Podcast auch total gefreut. Und ja, dankt uns dafür und sendet uns liebe Grüße. Das freut uns auch immer total. Vanessa aus dem Ruhrpott hat eine längere Nachricht auch geschrieben und hat im September angefangen, glaube ich, den Podcast zu hören. Ja, und sagt, sie hat durch den Podcast ja so viele neue Dinge gelernt, die sie noch gar nicht wusste. Ja, das ist immer das Schöne, wenn man mit so vielen jetzt aufnimmt, dass wir immer wieder neue Bereicherungen von allen haben. Auf der einen oder anderen Weise. Jeder in seinem Fachgebiet oder halt auch einfach Menschenverstand. Insofern ist das immer ganz schön. Also die begrüße zurück in den Pod. und bestimmt habe ich jetzt ganz viele Nachrichten vergessen. Ja. Ja, wir, also ich muss sagen, ich habe echt schon länger nicht mehr auf die Podcast, Instagram, in die Nachrichten da reingeschaut. Das hast du jetzt so ein bisschen übernommen zum Glück, weil ich es tatsächlich schon länger nicht mehr gemacht habe. Ich antworte noch immer nicht. Das tut mir so leid. Ich schaffe das tatsächlich nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich gebe mir jetzt aber Mühe, dass wenn ich das schon lese, ich zumindest doppelt klicke und ein Herz da lasse, wenn es mir gefallen hat oder nee, nicht wenn es mir gefallen hat, wenn ich es gesehen habe und das halt schön finde, dass ihr schreibt, weil ich kriege es mit dem Antworten echt nicht hin. Es tut mir irgendwie leid, aber ich bin ja nicht besonders gut. Aber ich lese das und Kai auch und wir freuen uns auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich antworte jetzt auch nicht allen. Also das schafft man zum einen nicht, aber man kriegt, das lesen wir nicht vor, aber wir kriegen ja auch manchmal Nachrichten, wo man jetzt dann auch vielleicht manchmal nicht weiß, was man da jetzt darauf antworten soll. Ich habe auch schon mal eine ganz komische Nachricht bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das per E-Mail war oder so. Das hast du nämlich vorhin auch erwähnt zum Thema, dass wir bei Spotify nur ein Bild haben und bei YouTube immer ganz viele Bilder, verschiedene Thumbnails. da hat irgendjemand hat mal geschrieben, ja, könnt ihr vielleicht bei Spotify auch immer pro Folge ein bestimmtes Bild machen und da dachte ich mir, da habe ich auch nicht darauf geantwortet. Da habe ich mir, doch, das geht, glaube ich, aber... Nee, das geht nicht. Naja, aber ganz ehrlich, das ist viel zu viel Arbeit. Ich muss dann ja die Bilder nochmal quadratisch nochmal extra machen, damit die dann da gut aussehen. Aber das geht halt auch nicht. Ich habe ja noch einen anderen Podcast und wenn ich da das Bild ändere, dann ändert sich alles. Genau. Ja. Das war bei uns ja auch so. Du hast mal einmal, eigentlich sind wir gestartet mit einem ganz anderen Bild und dann hast du dieses hier gemacht und das fand ich so schade, weil ich hätte gerne die ersten Folgen noch mit dem Originalbild gehabt. Aber bei mir war zumindest bis vor kurzem noch bei Spotify die ersten paar Folgen mit dem Originalbild. Bei mir nicht. Komisch. Und ich lade da ja wirklich nichts hoch. Ja, aber man muss sagen, das Originalbild sah nicht so einladend aus. Ich weiß es schon nicht mehr. Schick's mir doch nochmal. Ich mach das aber. Kann ich mal gucken, ob ich das noch hab irgendwo. Ja, cool. Sicherlich hab ich das noch. Posten wir nochmal. Ja, auf jeden Fall hab ich da nicht drauf geantwortet, weil ich mir halt dachte, ja, ich hab ja nichts Besseres zu tun, als jetzt für jede Folge noch bei Spotify das Bild zurecht zu schnibbeln. Deswegen. Aber sonst freuen wir uns sehr über viele Nachrichten und wir lesen eigentlich alles, muss man auch sagen. Auch per E-Mail. Wir antworten auch schon mal. Ja, gerade bei den Längeren. Das Ding ist, wir haben natürlich, wir lesen es auch gerne mal vor hier und vielleicht können wir das auch nächstes Jahr mal einführen, dass wir es öfter mal machen, weil das haben wir ein bisschen vernachlässigt, glaube ich. Genau. So, okay, wollen wir mal gucken. Wir sollen warten. Wir sollen warten. Wir sind jetzt vor dem, vor dem, äh, vor Havenhurst. Vor dem Havenhurst Hannufers. quasi und stehen hier und Pia hat irgendeinen Plan, Kai hier, glaube ich, rauszulotsen. Jonas hatte da einen ganz wilden Vorschlag und ich glaube, ich muss jetzt irgendwie gleich hier auf den Zug rennen und schreien oder sowas. Nee, was soll ich machen? Ja, ich glaube, wir müssen hier nicht zu Tode erschrecken. Okay. Aber die Idee war, dass Pia ihm sagte, hier würden so ganz, zwei so gruselige Typen stehen. Was ja wahr ist, so. Also auf mich hättest du. Genau. Es ist ja noch nicht mal gelogen, also noch nicht mal moralisch verwerflich oder so. Und dann kommt Kai raus und zückt schon seine Knarre oder so und dann sieht er aber, dass wir das sind und freut sich dann hoffentlich. Hoffentlich, ja. Das werden wir mal schauen. Sonst habe ich schon gesagt, ich habe im Hotelzimmer auf jeden Fall einen Fernseher, wo wir den Abend noch verbringen können, wo wir rausgeschmissen werden sollten. Äh, das soll ja hoffentlich nicht so sein. Welche Folge hat die denn eigentlich in diesem Jahr am besten gefallen? Genau, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Wir hatten 21 Folgen und ich habe es hier mal aufgelistet, wobei ich jetzt nicht alle 21 sage, weil zum Beispiel Dangerous aus drei Folgen bestand. Ja. Also eigentlich sogar aus vier. Ja, zwei Teamfolgen und eine hast du mit Jonas gemacht, weil es da einen technischen Defekt gab. Also wir sind gestartet mit Underrated Songs. Ja. Wir hatten Dangerous, das waren drei Folgen, da haben wir das Album in aller epischen Breite wirklich erfasst. mit der kompletten Family. Wir hatten eine Mini-Jenny-News-Folge. Ähm, dann hatten wir 50 Jahre Podcast. Das war die 50. Folge. Ja. Mit Verlosung, Entschuldigung. Dann hatten wir eine, den Gute-Nacht-Talk mit Pia, den hattest du. Da war ich nicht dabei. Mhm. Dann gab es Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ich glaube, das war auch so, wir verlosen ganz schön viel, Fällt mir noch so ein. Wir müssen damit aufhören. Ähm, Thriller 40, ich finde auch, aber es macht Spaß. Wir haben kein Geld mehr. Ja, vor allen Dingen, weil wir die Gewinne ja wirklich größtenteils selbst bezahlen. Wobei das letzte Mal das Alex-Gernan-Buch, da danken wir wirklich nochmal dem Verlag, der uns da drei Bücher zur Verfügung gestellt hat. Aber sonst kaufen wir immer alles brav selber. Ja. Übrigens haben wir auch tatsächlich, ne, das hat mich meine Frau sagte dann, ja, wie und, und, und warum, äh, wenn der Verlag euch doch drei Bücher schickt, warum verlost ihr nicht eins und Kai kriegt eins und du kriegst eins? Ja. Hab ich gesagt, ich hab mir meins gekauft und Kai, äh, ich hab meins zum Geburtstag gekriegt. Genau. Richtig. Nein, das haben wir tatsächlich nie gemacht, also auch bei den Jennifer-Betten-Sachen, die wir verlost haben, ich hab die gekauft, ne? Also das ist nicht so, dass man dann die, äh, da voll den Mega-Vorteil hat. Nö. Das, das nur mal ganz kurz als Info für euch da draußen. Das ist nur so, wenn man sowieso schon, wir machen das einfach gerne. Geld ohne Ende verdient mit Podcast, dann kriegt man immer noch da alles dazu geschenkt. Tatsächlich. Aber wir kriegen ja gar nichts für den Podcast. Sind wir, so weit sind wir nicht. Ne, uns macht einfach so Spaß. Also, Thriller 40, das war ein früher Zeitpunkt, da wussten wir noch nicht, was rauskommt, haben wir einfach so drüber gesprochen. Dann hattest du den langen Livestream mit Pia, wo auch Hörerinnen und Hörer teilhaben konnten, indem sie live Fragen stellen und so oder euch Anregungen geben. Dann ging's um Fan-Projekte. Das war auch eine meiner Lieblingsfolgen eigentlich. Dann kam Jenny on Tour. Eine der wahrscheinlich demnächst auch mehreren Folgen Jenny on Tour, weil Jenny immer irgendwie on Tour ist und dauernd Sachen erlebt. Das nächste Jahr wird's Janet Jackson werden. Da war ich ja auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Dann ging's um Thriller 40, die Keskio-Tracks und das Musical. Das war auch mit Jenny zusammen, meine ich, weil ich glaube, sie da über das Musical erzählt hat. Oder war das ohne sie? Ich weiß nicht mehr genau. Andre Santisi war wieder eine Gesprächsfolge mit dem Personator. Andre Santisi. Oktober News und Updates, da ging's, also es ging dieses Jahr viel um Thriller 40 und News und Updates, weil da einfach immer wieder was angekündigt wurde. Dann kam unser Hörspiel, die Folge mit Alex Gernand, dann eine Folge Young Michael mit Matthias, Jenny und mir und dann Thriller 40, was bisher geschah. Und da war schon alles veröffentlicht und da war ich eben krank und jetzt eben die Folge heute. Also 21 Folgen inklusive dieser hier. Ja. Gibt's eine Folge oder Folgen thematisch, wo du sagst, die haben dir besonders Spaß gemacht oder dich besonders inspiriert? Oder so? Also ich hab zwei Favoriten der Folgen, die die ich sehr gerne mag, aber die auch so Spaß gemacht haben, die zu machen. Das sind zum einen die Dangerous-Reihe. Die fand ich irgendwie cool. Und was natürlich noch, das weißt du sicherlich, was noch mein Lieblings... Du kannst gerne raten. Ich glaub, du weißt es. Der Gute-Nacht-Talk. Ja, nee, eigentlich nicht. Hätte ich jetzt gesagt. Also doch, weil's so was anderes war. Weil's total angenehm war. Ja. War das eine coole Folge. Also es war auch mega angenehm, ohne Kopfhörer, das hab ich schon mal erzählt, ne? Ja genau, richtig. Deswegen dachte ich, dass du das meinst. Und ich glaub, es haben auch einige geschrieben, dass ich ganz... Oder vielleicht haben es auch nicht einige geschrieben. Irgendwer hat mir das erzählt, dass ich ganz anders rede, ohne Kopfhörer. Dass ich ganz anders mich anhöre. Ja. Nee, also mein absoluter Favorite ist eigentlich unser Halloween-Hörspiel tatsächlich. Weil es halt einfach, weil's halt einfach so geil geworden ist und weil es natürlich war ein Haufen voll Arbeit natürlich, aber es hat sich halt irgendwie gelohnt und ich fand das Projekt mega gut. Also ich fand's mega geil. Und ich muss grad, ich guck grad auch hier nebenbei in die Liste rein. André Santisi, die Folge fand ich total angenehm zu hören. Die hab ich nämlich, ich glaub ich bin irgendwann leider eingeschlafen, weil ich schlaf immer ein beim Podcast hören. Aber das sagt aber nichts über die Qualität aus. Nee, gar nicht. Ich schlaf grundsätzlich bei allen drei Fragezeichen-Folgen ein und liebe die drei Fragezeichen. Ja, ich auch. Ja, ich fand die Folge einfach entspannt irgendwie zu hören und ich glaube, ich muss sie nochmal hören tatsächlich, weil ich glaub, mir fehlt das Ende immer noch. Ich hab auch nach André Santisi, also nach der Folge, hab ich eigentlich auch keine Folgen von uns mehr gehört, so richtig, weil ich es nicht geschafft hab einfach. Young Michael hab ich auch noch nicht ganz gehört, auch nur so zum Teil, fand ich aber auch cool. und auch vor allem für mich natürlich lehrreich, weil ich so viel noch nicht weiß über Young Michael, weil das nicht mein Gebiet ist, über Jackson 5 und die Solo-Alben dann noch als Kind, da kenn ich mich gar nicht mit aus. Und natürlich ist es irgendwo immer ein Highlight, kann man jetzt mal so allgemein sagen, wenn wir so Gäste haben wie Alex Gernand oder Dieter Wiesner, wo man dann wirklich auch aufgeregt ist. Also ich zumindest, mit Jennifer Batten bin ich ja vorher auch gestorben fast, weil ich bin einfach super nervös immer. Und ja, aber... Ich kann das verstehen, ich bin das mittlerweile nicht mehr, das klingt jetzt so arrogant, aber ich bin, ich hab so eine gewisse Ehrfurcht irgendwie, aber freu mich einfach dann mehr, als ich aufgeregt bin, dass wir das irgendwie machen dürfen. Auch wenn es dann bestimmt wieder Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, ja, warum habt ihr denn nicht die Frage gestellt oder warum habt ihr denn nicht das angesprochen? Ja, ist richtig. Aber trotzdem überwiegt dann irgendwie so die Freude. Man kann auch nicht alle glücklich machen. Nee, ist halt so. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich bin auch dankbar für konstruktive Kritik auf jeden Fall. Aber das ist dann halt einfach, dann überwiegt die Freude und dann ist das Aufgeregtsein nicht mehr ganz so groß, wie das am Anfang war. Aber ich find's auch immer wieder schönen Gäste auch da zu haben. Waren das deine Lieblingsfolgen? Ich wollte dich jetzt nicht wieder unterbrochen. Ja, ich muss sagen, also wirklich meine absolute Favorite-Folge ist wirklich die Halloween-Folge. Okay. Weil die, die, es ist halt einfach so ein Ding bei mir. Ich konnte mich kreativ ausleben da und so und find die auch einfach selber geil zum Hören, muss ich sagen. Und ich find, wir haben nicht so Kacke gespielt. Also ich find, also du und Matthias sowieso nicht. Ihr seid ja irgendwie, habt ihr ja so diese Hörspielstimmen. Sowieso nicht. Und wir anderen waren aber auch nicht so schlecht, finde ich. Auf gar keinen Fall. Nein. Definitiv nicht. Nee. Also, ja, ich würde ja auch, ich schließe mich dir an. Ich schließe mich dir aber aus einem einzigen Grund an. Also erstmal ist klar, das Halloween-Hörspiel ist für mich aber so ein bisschen außer Konkurrenz, weil es einfach so special ist und weil ihr das einfach so akribisch vorbereitet habt. So Matthias im Texten, du und Pia dann auch nochmal, glaube ich, mit Text nochmal geschaut haben. Ja, wir haben drei Versionen oder so geschrieben mit Matthias zusammen irgendwie. Und das ganze Zusammenschneiden davon ist dann gar nicht mehr zu reden. Und es ist ja auch nicht nur das Schneiden, es sind ja auch die ganzen Effekte rauszusuchen, die Geräusche irgendwie klar zu kriegen und so. Da hängt ja viel dran. Was man so gar nicht hört, weil es so leicht und locker klingt. Aber dafür braucht man einfach wahnsinnig Zeit. Insofern irre geworden. Ich entscheide mich auch dafür, weil ich mich nämlich sonst zwischen den Folgen nicht echt entscheiden kann. Ich stehe auch total auf die Gastfolgen. Ich finde diese ganzen Jenny-Folgen immer mega interessant, wenn sie was erzählt. Ich mag aber auch diese ganzen Team-Folgen, wo alle irgendwie mit dabei sind oder möglichst alle mit dabei sind. Ja gut, ich meine, es gibt jetzt ja auch nicht wirklich, man kann jetzt ja auch nicht wirklich bei irgendwas sagen, was wir machen, dass wir das nicht mögen. Also natürlich mögen wir... Doch, kann man. Ja, wenn es jetzt irgendwas nicht gut läuft oder so. Ich mochte zum Beispiel... Die zweite Halloween-Folge nicht. Also wofür, ja, oder? Ja klar, weil wir das einfach verkackt haben. Die war so schlecht, wow. Ja, ja, das haben wir aber einfach verkackt. Aber ich meine, generell ist es ja nicht so, dass wir jetzt irgendwas anfangen oder irgendwas machen würden, wovon wir vorher schon denken, das ist nicht gut. Nein, das ist richtig. Und ich mag aber ehrlich gesagt auch... Das passiert dann einfach so. Ja, aber ich mag auch ehrlich gesagt die Folgen wie heute, dass wir einfach nur labern. Zu zweit auch nur. Aber das mag ich auch gerne. Aber die Halloween-Folge ist für mich eine gute Wahl für den Favorite, weil auch alle dabei sind. Und weil es halt einfach schön geworden ist. Wobei ich auch für diese Laber-Folgen durchaus so ein komplettes Skript hier habe für mich. Das kann man ja auch machen, aber... Nee, Skript ist übertrieben. Aber ich habe schon so einen kleinen Writer hier. Jeder hat schon seinen Text vorher. So einen kleinen Reader habe ich. Ah ja, Tim. Okay. Ja, aber es stimmt schon. Das waren so die Höhepunkte des Jahres. Und ich habe aber noch einen Höhepunkt, der mit der Folge nichts zu tun hat. Kannst du mal kurz, einmal kurz warten? Ja. Du kannst ruhig reden. Ich möchte nicht schneiden. Rede ruhig. Ich muss einmal kurz den Hund zufrieden stellen. Das klingt sonst so komisch, wenn ich ruhig stellen sage. Ja, aber dann hörst du mich nicht, ne? Nee, ich höre dich nicht. Ja, dann bringt das nichts. Okay. Ja, aber erzähl mal was. Okay, ich erzähle einfach was. Wir haben keine Zeit zu schneiden. Gut, Kai möchte nicht schneiden. Ja, was erzähle ich dann? Ich könnte jetzt eigentlich alles erzählen. Ich kann euch aber nichts Neues erzählen. Höchstens, dass es im nächsten Jahr für mich einmal auch auf eine Reise geht. Ähnlich wie Jenny dann mal verreist, werde ich das auch tun. Und hoffe dann, dass ich ein kleines Format einführen kann, bei dem ich dann eben von dem Ort aus ein bisschen berichte. Jetzt kommt er wieder und setzt Kopfhörer auf. All right. Und ich finde einfach Kai's Arbeit in dem Punkt wirklich großartig. Du hast doch gerade den Satz erst angefangen. Was denn? Nein. Ja, ja. Das höre ich mir dann heute Abend nochmal an. Mach mal. Ja. Ich habe ein bisschen gespoilert, aber nicht zu viel. Alles klar, geht los. Es geht los. Okay, wollen wir jetzt das Auto ganken? So ein bisschen. Hallo? 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 Sie? Oh mein Gott, ist es so unreal. Was geht? Was geht? Ja, hi. Macht hier Stress, oder was? Wir randalieren hier ein bisschen. Ey, cool, dass ihr da seid. Ich wollte nach Düsseldorf. Hey, Kai. Ey, es ist so komisch. Oh, ihr seid ja voll lang gefahren jetzt für mich, ey. Ja? Oh, krass. Naja, lang gefahren. Die sechs Stunden. Nein, nein, Quatsch. Ich bin ja mit dem Fahrrad gekommen. Ich bin schon seit gestern unterwegs. Oh mein Gott, ey. Hat Kai Schiss gehabt? Nein. Ich bin ein bisschen betrunken. Es tut mir leid. Cool. Cool. Oh mein Gott, ey. Hallo? Hi. Wir müssen uns auch schon wieder raus. Ich habe schon den ganzen Tag überlegt und bin schon so Leute, weil ich dachte mir schon so, also und als du gesagt hast, du fährst jetzt weg, dann schon so, ich kenne ihr Gesicht, wenn sie ihn übt. Das kann nicht sein. Sie ist weggefahren. Das war jetzt nicht gelogen. Podcast-Höhepunkte des Jahres sind für mich nicht nur die Folgen, sondern was tatsächlich, wie lange gibt es sonst, sag mal? Boah, wir sind jetzt, ich glaube, wir gehen jetzt in Jahr Nummer drei. Ich gucke mal nach. Okay. Und MJJ Reviews? 18. September 2020. Okay. Und unsere MJJ Reviews Zusammenkunft ist schon ein bisschen länger. Wie war das? Ich glaube 2012, glaube ich. Ja, stimmt. Das passt wohl. Ja, stimmt. Haben wir ja auch gesagt. Denn mein Höhepunkt des Jahres war tatsächlich, also podcasttechnisch gesehen, das Treffen von... Das Treffen. Ich habe schon gewartet, ob du es noch ansprichst. Also zwei Treffen, um genau zu sein. Ich dachte, vielleicht fandest du scheiße. Das fand es bei mir. Kann auch sein. Und zwar einmal Matthias, das haben wir ja auch schon hier im Podcast auch schon erzählt. Und dann, der mich besucht hat und auf einmal da stand, also nicht auf einmal da stand, wir haben uns schon verabredet, aber er ist bei mir vorbeigekommen und das fand ich total cool. Das war ein sehr surrealer Moment, als er die Treppen runterkam von dem Parkplatz, wo er war. Und ja, Hammer. Und dann der zweite Moment natürlich, das von Pia organisierte Podcast-Treffen anlässlich deines Wiegenfestes. Und da war dann eben auch noch Jonas und Pia, die mich im Auto abgeholt hat vom Motel und das war auch völlig verrückt. Von deinem Drecks-Motel, muss man sagen. Ich fahre da ja ständig vorbei und denke mir so, warum bist du da, warum hast du dir das so versaut, die Nacht da? Ja, weiß ich auch nicht. Das war keine entspannte Nacht auf jeden Fall. Aber gut, egal, das Treffen davor war umso schöner und das Ganze war sehr aufregend. Das fand ich übrigens, da war ich aufgeregter, als wenn ich jetzt jemanden als Gast habe. Wirklich jetzt, ehrlich, das fand ich voll. Ich war auch nachmittags ja schon mal fast vor eurer Tür, weil ich mal geguckt habe, aber ich hatte noch so viel Zeit und bin durch die Gegend gelatscht und habe mir erst mal angeschaut, wo du so wohnst und so. Und naja, also auf jeden Fall, das war wirklich, das war so ein Highlight-Moment nochmal für mich im Jahr. Ja, ich habe schon gewartet, dass du es ansprichst, weil wir haben es halt noch gar nicht so richtig besprochen. Wir haben es letztes Mal kurz erwähnt irgendwie. Aber es ist halt wirklich crazy gewesen, weil wir halt wirklich seit, weiß ich nicht, zehn Jahren uns kennen und uns einfach noch nie getroffen haben. Und du hast mich zu deiner Hochzeit eingeladen vor Ewigkeiten. Ja, stimmt. Wir haben uns schon öfter mal irgendwo eingeladen, aber wir sind halt immer nicht gekommen einfach. Und, äh, Entschuldigung. Und es war halt strange, weil wir halt einfach uns gesehen haben und einfach im, zusammen irgendwie im Wohnzimmer bei mir saßen und, äh, ja gut. Ich war halt leider, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, als du, als ihr ankam, war ich schon völlig besoffen. Das, da hatte ich nämlich jetzt Angst im Nachhinein. Hoffentlich. Stimmt überhaupt nicht. Hoffentlich warst du jetzt nicht enttäuscht. Das sagst du jedes Mal. Nee, also ich war angetrunken, sagen wir es so. Naja, also das war aber meilenweit weg von... Ja, das ist bei mir Betrunkensein. Also ich trinke nicht so viel, dass ich keine Kontrolle mehr habe. Dann bist du aber sehr langweilig betrunken. Ja, ja. Also ich hatte meine Phasen. Nein, Spaß. Aber, nee, auf jeden Fall, ja, war das total strange. Und das war auf jeden Fall so ein MJJ Reviews Highlight, kann man sagen. Sag mal, haben wir das eigentlich mal gesendet? Habe ich dir diese... Nee, du hast mir das noch nicht geschickt. Habe ich doch nicht geschickt. Können wir jetzt einbauen. Oder so. Wäre das jetzt ein Moment, wo man sagen würde, Mats ab? So, jetzt sind wir hier auch schon drinnen und sitzen hier. Hallo. Und Kai sitzt da. Und es ist sehr unwirklich. Das Problem ist, das könnte jetzt auch sein, dass es gar nicht... Das ist wahrscheinlich viel zu leise. Guck mal, ich muss mal hier drauflegen. Ich vermaster das dann noch. Cool. Du vermasterst das dann später. Es könnte jetzt auch sein, dass wir lügen. Weil durch das Hörspiel weiß man natürlich, dass wir technisch mäßig das jetzt auch so hinbiegen könnten, dass es so klingt, als wären wir in einem Raum. Stimmt. Aber Tim reagiert so schnell auf, was ich sage, das kann er eigentlich nicht. Tot! Okay. Also, bis dahin. Jetzt habt ihr mitgekriegt, wie es bei Kai ist und wie es mit Jonas kennenlernen ist. Und jetzt beenden wir das hier, aber machen den Abend noch weiter. Ja. Cool. Tschüss. Tschüss. Ja, crazy, unser Gespräch. Das war unser erstes Gespräch, was wir geführt haben, zu dritt. Ja. Jetzt ist die Folge doch länger geworden, weil wir nämlich den ersten Teil einer Folge da aufgenommen haben. Aber das hast du hoffentlich ein bisschen gekürzt am Ende. Ja. Ich guck mal. Ja. Ich weiß ja nicht, was du sonst noch so aufgenommen hast. Ja, das hörst du dann ja im Nachhinein. Ja. Genau. Das war auf jeden Fall so die beiden Highlights, finde ich. Aber klar, mit dem zweiten Highlight, dass wir uns getroffen haben, können jetzt die Zuhörer überhaupt gar nichts anfangen. Aber ja, total surreal irgendwie noch. Was wünschst du dir fürs nächste Jahr, Podcast? Ist da irgendwas, wo du sagst, wir haben jetzt alles erreicht, aber das möchte ich auf jeden Fall realisieren. Wir haben einfach alles erreicht, muss man sagen. Oder ist so. Muss man sagen. Nee, wir sind ja auch, wir gehen jetzt ins dritte Jahr, glaube ich. Und ich glaube, wir hören auch auf dann jetzt bald, weil drei Jahre reicht auch irgendwie. Reicht. Kann man auch einfach mal lassen. Und ja, nein. Aber weiß ich nicht. Nee, ich habe gar keine Vorstellung. Ich bin froh, wenn es so weitergeht, wie wir es halt bis jetzt auch gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht. Mir ist es immer wichtig, mir war es immer wichtig beim Podcast, bei unserem Podcast, dass wir es immer so beibehalten, dass wir es selber auch noch gut finden. Also wenn wir jetzt mega viel Kritik kriegen würden und alle sagen würden, macht mal das anders und macht dies anders, würde ich vermutlich irgendwann das gar nicht mehr machen, weil es mir dann selber nicht mehr gefällt. Weißt du? Ja. Und aber bis jetzt ist es noch so, dass ich alles cool finde, was wir machen. Und ich finde es auch völlig okay, wenn ich mal nicht dabei bin oder du mal nicht dabei bist oder irgendwer anders mal nicht dabei ist, finde ich völlig in Ordnung. Es ist halt so ein, ja, es baut sich gerade ja noch auf irgendwie und vielleicht kommt es ja wirklich mal dazu, dass wir mit Jenny zum Beispiel, dass da ein Malibu-Fanclub-Event ist oder irgendwie sowas, dass wir da mal noch Sachen machen irgendwie. Aber was das sein kann, das wissen wir noch nicht. Es hängt ja auch ein bisschen immer davon ab, wie die Fanbase in Deutschland so ist, weil wenn der Estate, jetzt kommen wir nochmal zum Estate, wenn da jetzt mal ein bisschen wieder was passiert und so und Michael so ein bisschen mehr in den Mündern, sagt man das, in aller Munde ist, dann ist da natürlich auch mehr Interesse für so Events und so für die deutsche Fan-Community, weil ich glaube, es findet einfach momentan nicht so viel statt leider und es wäre natürlich schon cool, das irgendwie zu verbinden mal. Aber ich glaube, daran darfst du es nicht festmachen. Ich glaube, man muss einfach wirklich das so, wir hatten mal einmal diese Folge, wo es um Fan-Aktionen ging und eigentlich ist das der springende Punkt. Die Fan-Aktionen wie die Kingvention und sowas, das ist alles nicht der Estate und man muss einfach das machen, worauf man Lust hat. Guck mal, wir sind ja auch kein Estate-Projekt und du hast irgendwann gesagt, lass mal einen Podcast machen, weil es einfach keinen gibt, so. Also haben wir es einfach gemacht dann. Ja und auch total strange, das finde ich bis heute total strange, dass wir erst... Und genauso macht man auch dann Malibu-Treffen eben. Ja, ich finde es bis heute total strange, dass wir erst 2020 da irgendwie auf die Idee gekommen sind, das zu machen, weil das ja völlig naheliegend war, dass wir das irgendwann machen. Doch, weil diese Podcast-Geschichte ja schon seit Jahren irgendwie so ein Ding ist und ich höre auch länger Podcasts, als wir einen Podcast machen und irgendwie... Ja, das tue ich auch. Podcast meine ich natürlich so. Ah, nee, schade. Ich dachte, du bleibst in diesem Jahr dabei. Nee, 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 nee. Das wird sich auch ganz schnell wieder ändern. Egal. Also ich freue mich da auf jeden Fall auf 2023 und auch auf genau diese Dinge. Vielleicht wirklich mal so ein Malibu-Fanclub-Treffen, wo man einfach mal eine Folge aufnimmt. Auf jeden Fall wollten wir uns ja mal alle sehen, denn Jenny haben wir... Das können wir nämlich schon anteasen jetzt. ...alle noch nicht gesehen. Doch, Matthias hat sie einmal besucht, aber wir sie sonst noch nicht und das fehlt auf jeden Fall noch. Am besten in der großen Kombi. Ich freue mich aber auch auf so gewisse Fortsetzungsreihen. Ich freue mich auf der junge Michael, Teil zwei, drei und vier. Wir wollten noch über die Jacksons sprechen und haben, also über die Alben so ein bisschen und vielleicht bist du da ja zum Teil auch dabei. Das wäre auf jeden Fall cool. Das weiß ich nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann da was beisteuern, dann bin ich dabei. Ich freue mich aber auch auf neue Gäste. Wer weiß, wer so nächstes Jahr bei uns mal aufschlägt und dabei ist. Mänderes hoffe ich doch. Ja, ich habe es ein bisschen abgehakt, weil wir es schon ein paar Mal versucht haben und wir haben nie eine Antwort gekriegt. Das finde ich immer ein bisschen schade. Das ist ja nicht Mänderes selber dann. Das wird dann wahrscheinlich das Management sein. Aber wenigstens eine Absage ist immer ganz nett. Aber wir versuchen es mal weiter. Ich fände es immer noch ganz interessant, auf jeden Fall mit ihm mal zu sprechen. Das fände ich schon cool, weil ich glaube, so als prominenter Fan, der auch schon so einiges auf sich genommen hat, um Michael eben dann doch nah zu sein. Das ist vielleicht mal ganz interessant zu hören. Ja, ein paar Wünsche habe ich auch so an Gästen. An zwei, dreien bin ich auch schon dran. Aber da freue wir jetzt aber natürlich nicht. Aber was wir schon mal sagen können, ist, dass wir schon ganz viel in der Podcast-WhatsApp-Gruppe versuchen, irgendwie einen Termin zu finden, wann wir uns alle mal treffen und vielleicht da auch mal eine Folge zusammen aufnehmen. Also wirklich mit allen. Das wird nächstes Jahr bestimmt auch stattfinden. Also sollte es, weil sonst sind wir unfähig irgendwie, wenn wir das nicht hinkriegen. Sogar früh nächstes Jahr hoffentlich. Das wäre cool. Ja. Und genau. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Deine Jahresabschlussworte. Meine Jahresabschluss. Denn wir kommen gleich nur noch zu einem einzigen Punkt und das ist die Time Machine von Matthias. Ja. Ich weiß auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon dahin? Also wollen wir jetzt schon? Oder haben, also ist alles gesagt, ja? Das soll's gewesen sein. Das soll's gewesen sein. Wir haben im Prinzip, also ich habe nur noch einen Punkt und. Achso, du hast noch einen Punkt. Naja, nee, nicht Punkt. Ich habe eigentlich, es ist eigentlich mehr ein Hörtipp, solange wir jetzt nicht da sind. Denn wir gehen jetzt so ein bisschen in die kurze Winterpause. Also ein See- oder Hörtipp. Und zwar dein zweiter Kanal, Planet MJ. Ich. Würde ich euch gerne ans Herz nehmen. Kenn ich nicht. Ist Englisch, kennst du wohl, ist Englisch, machst du ja selber. Ist Englisch sprachig, ausschließlich Englisch sprachig, aber gut zu verstehen in einfachem Englisch. Ja doch, ist es. Nein, es ist ganz normales Englisch. Und ich habe da auch noch nicht alles gesehen. Ich muss noch ganz viel entdecken. In der freien Zeit habe ich jetzt ein bisschen Zeit dazu. Ja, so viel gibt's da nicht, Tim. Und ein bisschen gibt's schon jetzt schon. Ein paar Videos sind da ja. Eine Challenge habe ich aber gesehen, komplett auch. Und zwar die Songtitel an Textauszügen erraten Challenge. Und war erschrocken, wie mies ich da bin. War aber wieder beruhigt, dass du da genauso eine Nulpe bist wie ich. Nee, ich war gar nicht mehr so schlecht. Aber die aktuelle Challenge, die musst du dir mal angucken. Da war ich schlecht, du. Okay, alles klar. Wo ging's da nochmal? Ich krieg's nicht zusammen. Auf jeden Fall war ich bei den Songtiteln genauso wie du eigentlich. Achso, da geht's darum zu erraten, aus welchem Jahr das Bild von Michael Jackson stammt. Ach, richtig. Alter. Da hab ich den Post zugesehen, aber hab's noch nicht ganz gesehen. Ja, ja. Auf jeden Fall schaut euch den Kanal mal an. Der ist ganz cool und mal anders. Und da sind auch noch ein paar andere Sachen. Es gibt nicht nur Challenges, es gibt auch ganz schöne Infovideos dazu. Und genau. Das fahrt euch mal rein. Und dann wünsche ich auf jeden Fall schon mal. Werbung für Planet MJ. Schöne, genau. Nee, sag doch mal, wie? Was? Wie findet man das nochmal? Sag mal. Auf YouTube Planet MJ. Aber ich hab nur gerade gesagt, Werbung für Planet MJ. Achso, ja, genau. Also ich sag auf jeden Fall schon mal schöne Feiertage. Hoffe, euch hat die Folge, der Jahresrückblick ein bisschen gefallen. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Das wäre so das, was ich mir auch noch wünschen würde. Vielleicht hat der ein oder andere da noch Lust drauf. Und übergebe dir heute das letzte Wort. Und dann kommt nämlich Matthias. Ja, ich hab auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich sag einfach so, wie es jetzt ist. Merry Christmas und ein frohes neues Jahr natürlich. Und ja, wir würden einfach, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Tim, aber wir werden gleich in die Zeitmaschine jumpen. Und deswegen, würde ich sagen, ich würde gerne interagieren. Ich hab den Mund voll Kekse. Weil ich dachte, ich muss nichts mehr sagen. Ja, Kacke. Tim ist schon am Kekse essen. Ja, aber das mache ich auch heute, weil heute ist Weihnachten. Deswegen. Ja, frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr an alle. Und hier nochmal Matthias mit seiner Zeitmaschine. Danke, dass ihr den Podcast hört. Und bis nächstes Jahr. Tschüss. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du sitzt in der Zeitmaschine. L.O.B.I. Matthias. Hallo ihr Lieben und auch alle anderen. Hier Matthias. Heute mit Michael Jacksons Stationen in den Wintermonaten November und Dezember. Möglichst kurz und knackig. Wir starten mit dem Winter 1968. Die junge Gruppe The Jackson Five darf bei Motown Records vorspielen. Für Gründer und Chef Barry Gordy, der nicht dabei sein kann, wird das Ganze auf Video aufgenommen. Die Jungs überzeugen. Motown beginnt sofort, die Gruppe für Auftritte aufzubauen und schickt sie zunächst nach Los Angeles, wohin die Firma gerade ihren Hauptsitz hin verlegt, damit sie sich auf die erste größere Plattenaufnahme intensiv vorbereiten kann. Ein Jahr später, am 15.11.69, steigt die J-Five-Debüt-Single I Want You Back in die Pop-Single-Charts ein, einer von insgesamt vier aufeinanderfolgenden Nummer-Eins-Hits. Im Dezember wird die Gruppe durch die Ed Sullivan Show einer großen Öffentlichkeit bekannt, ehe vier Tage später, am 18.12.69, das erste Album erscheint. Diana Ross presents The Jackson Five. Die Siebziger. Nach den frühen, sehr erfolgreichen J-Five-Alben und den ersten Michael-Solo-Erfolgen erreicht im Winter 1972 die Single Ben des damals 14-jährigen Michael Jackson die Top Ten. Zwei Jahre später erfolgt vom 20.11. bis zum 3.12. eine weitere Serie von Kabarett-Shows der Jackson Five in Las Vegas. Nach der Trennung von Motown und dem direkt folgenden Wechsel zu CBS bzw. Epic Records erscheinen am 13.11.1976 zunächst die Debüt-Single Enjoy Yourself und am 4.12. des selben Jahres die erste Platte, benannt nach dem neuen Namen der Truppe The Jacksons. Im Winter des Folgejahres erscheint das zweite Album, Going Places. Wieder ein Jahr später wird nach Gründung der eigenen Produktionsfirma Peacock das meiner Meinung nach fantastische Album Destiny im Dezember veröffentlicht. Im Ausklang dieses Jahrzehnts regnet es bereits Auszeichnungen für Singles der ersten eigenen Solo-Platte Off the Ball von Michael sowie für das Album selbst. Die 80er Im Dezember 1980 erscheint in Großbritannien Latoya Jacksons gleichnamiges Album mit der von Bruder Michael geschriebenen Single Nighttime Lover. Am Nikolaustag wird die Jacksons Single Heartbreak Hotel des kommenden Albums Triumph veröffentlicht. Im November des Folgejahres erscheint die Live-LP zur fantastischen und vielgelobten Triumph-Tour. 1982, vor nunmehr 40 Jahren, wird zunächst die Single The Girl Is Mine, ein Duett mit Paul McCartney, veröffentlicht, bevor Thriller, das bis heute meistverkaufte Album aller Zeiten, erscheint. Parallel gibt es noch ein wenig Ärger zwischen CBS und MCA Records, da letzteren untersagt wird, vor Ende des Jahres das E.T. Storybook mit Michaels Beteiligung zu vermarkten. Am 19.11.1983 wird die gewaltige Victory-Tour der Jacksons angekündigt, deretwegen es keine Thriller-Tournee gibt. Am 2. Dezember desselben Jahres findet die Weltpremiere des Thriller-Videos statt. Zuvor erreichten die Vorbestellungen der Videokassette The Making of Thriller bereits Rekordhöhe. Zur Veröffentlichung dessen kommt es Mitte Dezember, quasi zeitgleich mit der McCartney-Jackson-Duett-Single Say Say Say. 1984 finden vom 7. bis zum 9.12. in L.A. die letzten Victory-Konzerte statt. Während des Titels Shake Your Body verkündet Michael seine Trennung von den Jacksons. Zwei Jahre später, am 18.11.1986, wird The Making of Disney's Captain E.O. im Kabelfernsehen Disney Channel uraufgeführt. Einen Tag später kommt es laut Grundist Adrian Grant zu folgender Anekdote. Die Jungen der Master School in Dobbs Ferry, einem beschaulichen Nest im Staat New York, bekommen einen Tag schulfrei, um bei den Aufnahmen eines Pop-Videos mitzuwirken. Erst bei ihrer Ankunft hören sie, dass sie bei einem MJ-Video dabei sind. Dieses wird erst rund neun Monate später veröffentlicht. Bad. Im Winter 1987 läuft bereits die Bad-Tournee, während die Single The Way You Make Me Feel ausgekoppelt wird. Ein Jahr später beginnt der zweite Teil der Japan-Tour, während Smooth Criminal als Single veröffentlicht wird. Die 90er. 1991 erscheint Mitte November die erste Dangerous Single Black or White. Das Video ist in 27 Ländern rund um die Welt zu sehen, schätzungsweise 500 Millionen Menschen schauen zu. Am 26.11. erscheint schließlich das Album Dangerous in den USA. Ein Jahr später wird die fünfstündige Miniserie The Jacksons An American Dream erstmals ausgestrahlt. Zwei Wochen später erscheint die Single Heal the World. MJ ist währenddessen auf Dangerous-Tournee. Diese endet im Winter 1993, unverdient, unrühmlich, abrupt. Am 22.12. wendet sich Michael an die Rundfunkanstalten, um sich gegen Missbrauchvorwürfe zu verteidigen. Nach seiner vierminütigen TV-Ansprache ergeben alle Umfragen im US-Fernsehen und in Zeitungen einen überwältigenden Umschwung zugunsten von Michael Jackson. 1995 beginnt die erfolgreiche History-Ära. Anfang Dezember nimmt Tina Turner bei den Billboard Music Awards einer Auszeichnung für Michael entgegen, der kurz zuvor ins Krankenhaus gekommen ist. Ein Zusammenbruch, dessen wegen das HBO-Special One Night Only leider nicht zustande kommt. Im Winter des Folgejahres ist die History-Tour in vollem Gange. Währenddessen wird MJs Film Ghosts in ausgewählten Sony-Kinos erstmals gezeigt. Im Spätherbst 1997 endet die History-Tour. Das 21. Jahrhundert. Vier Jahre später, 2001, erscheinen nach You Rock My World von MJs letztem Studioalbum zu Lebzeiten Invincible leider nur noch zwei Singles. Am 27.11. Butterflies in Amerika, ohne Video. Am 5.12. Cry in Europa, mit Video, in dem Michael allerdings gar nicht auftritt. Hintergrund ist ein bereits länger schwelender Streit mit Sony. Nur ein Anzeichen von vielen für die schwierige Zeit für MJ im noch jungen neuen Jahrtausend. Am 18.11.2003 erscheint das Best-of-Album Number Ones. Zeitgleich wird Michael unter großem Medieninteresse quasi verhaftet. Der Beginn der zweiten hässlichen Phase der Missbrauchvorwürfe. Zwei Jahre später wird Michael in allen Anklagepunkten freigesprochen. Im November 2009, rund fünf Monate nach MJs Tod, läuft der Film This Is It für einige Wochen in den Kinos. Sehr erfolgreich. Im Winter, 13 Jahre später, ist Michael wieder in aller Munde. Unter anderem im Rahmen von Thriller 40 und allen feierlichen Events rund um den 40. Geburtstag des bestverkauften Albums aller Zeiten. Soweit von hier und mir, L-O-V-I Matthias.